Nun folgen die Holstenhallen-Events. Am 9. Oktober geht es wieder zur Rindeauktion in die Auktionshalle. Reptilien und Vogelfreunde können sich auf die Exota am 11. und 12. Oktober freuen. Die Vorbereitungen für den 52. Trakener Hengstmarkt laufen auf Hochtouren. Vom 16. bis 19. Oktober wird sich in den Holstenhallen Neumünsters wieder alles um die Vererber von morgen drehen. Vom 23. bis 26. Oktober findet in den Holstenhallen das internationale Amateur-Reitturnier statt. Pferdefreunde sind hierzu herzlich willkommen.